so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal weko neuheiten heute die flyung circus von weko oder wie sie hier für lidl gemacht wurde die snake bite unfassbar geile batterie habe ich schon als allererstes bei weko freiberg gesehen und hat mich sofort aus den socken gerissen die hat ein richtig geilen fächer jeweils in vierer salven werden die geschossen die fünf sogar glaube ich lasst mich das mal kurz übergeben 1 2 3 4 5 genau fünfer salven und beim abschuss gibt es immer einen richtig geilen mosquito effekt heuler was auch immer und dass die batterie macht einfach so viel spaß und jetzt habe ich sie selber an em haben wir hier 371 gramm ist es gar nicht mal so viel zumindest weniger als erwartet wo stand es noch mal gerade ich habe es verloren hier und ich würde es gar nicht länger labern über diese snake bite denn wir gehen jetzt raus und zünden dieses fette teil viel spaß mit der flying circus von weko oder auch snake bite let's go so leute jetzt zum test der snake bite und auch flying circus auf jeden Fall ist es hier die richtige hauptentzündung viel spaß alter die druck kauft euch die kauft euch die kauft euch die Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, doch ich bin unterwegs in der Late Night. Sie will wissen, wo ich bin, sie will FaceTime, doch ich bin unterwegs in der Late Night.